Ich lebe seit fünf Jahren hier. Als Italiener liebe ich gutes Essen. Borrow Market ist ein wunderbarer Ort für Samstagnachmittage. Hier trifft man viele Leute, die vor allem eines hier hinführt, das gute Essen. Hier bekommt man fast alle Speisen Europas, so viele verschiedene Spezialitäten und jede unglaublich frisch. London hat eine der aufregendsten Restaurantszenen der Welt. Auch Chefköche kaufen ihr Essen hier. In London findet man Restaurants für jeden Geschmack. Ich liebe bengalisches Essen in Brick Lane oder echte libanesische Küche in der Edgeware Road. Gute vietnamesische Lokale gibt es in Shoreditch und in Clerkenwell habe ich einige der besten italienischen Restaurants in London gefunden. Der andere Grund, weshalb ich Borrow Market so liebe, ist die Nähe zur Thamesa. Dort sind einige andere meiner Lieblingsplätze. Im Winter ist es wunderbar. Trotzdem kann ich den Sommer kaum erwarten. Dann kann ich ein Shakespeare-Stück im Globe Theatre sehen. Wer sich an Samstagen entspannen will, der hat die Qual der Wahl. Ich liebe diesen Ort. Vor allem wegen des Essens. Und natürlich kann man jeden Abend in eine angesagte Bar gehen und sich mit Freunden treffen. Da ist der Samstag keine Ausnahme. Das ist mein Stück London. Und es erfreut mich jeden Tag aufs Neue. Das ist mein Stück den Ring. Bis zum nächsten Mal.